3 & 3 Dorf ist angekommen und wir holen uns jetzt Kaffee hier im Künstler-Catering. Hallo! Wir freuen uns schon sehr auf den Gig heute Abend. Es wird auf jeden Fall... Oh, jetzt ist die Uni im Spiel. Der ist gerade drei Wochen lang 66. Oh, ich hab schon auf Exo gesehen. Ich dachte schon so, ah, mit dem dritten sieht man ihn besser. Wir sind hier beim Frühstück und haben gerade noch alles abgegrabbt, was es so gab. Absolut. Und ganz besonders wichtig, wo ist die Erdnussbutter? Wo ist die Erdnussbutter? Ja, es gibt gerade ein bisschen Streich. Ja, aber wir machen uns jetzt mal stark und bereit für die Interviews. Und natürlich für den Gig heute bei Bayern 3 beim Bayern 3 Dorf Fest. Seid ihr denn dabei? Das würde mich mal interessieren. Ich mach mal hier so eine kleine Umfrage. Wer ist heute beim Bayern 3 Dorf Fest dabei? Wird auf jeden Fall mega. Gestern beim Soundcheck sind zwar schon die Kühe alle weggerannt, weil es hier einfach nur weiß... Ich bin jetzt gerade im Truck und wen findet man sonst noch so im Truck? Die liebe Caro! Und herzlich willkommen in unserem bescheidenen Zuhause. Ja, die hat nämlich hier einen ganz tollen Kleiderschrank. Ich habe auch schon erklärt, wie wir hier reisen in dem Truck. Und zwar werden wir da ja alle angeschneiden. Da. Hier alle einfach angeschneiden. Genau so. Und dann kommen da die Christen hin. Genau, hier sind auch 15 Plätze für die ganze Crew. Ja. Und dann geht's los. So reisen wir, ne? Also das wird mal... Luxus! Und die liebe Sandra, die darf auch nicht fehlen. Denn das ist unsere gute und süße und hübsche Seele, die für uns hier alles macht. Und uns versorgt, damit wir uns nicht verlaufen. Ja, Sandra! Schön, dass wir dich haben. entender! Genau! es ist